So, bis jetzt ging es uns ja eigentlich ganz gut hier in Herrenberg. Jetzt sind wir von der Jungschar-Freizeit gekommen, unsere Wohnung ist arschkalt. Uns hat sich so einiges verändert. Türen nach vorne auf, Tür. Erstmal ein Fußballfeld. Die Betten sind irgendwie ein bisschen deplatziert, bin ich der Ansicht. Dann unser neues Wohnzimmer. Schick, möbliert, drei, zwei Sofas, einen Sessel, einen 100 Tisch. Ja, ne. So eine Bibel hier noch. Das ist ja nur noch wichtig. Ja. Unser Arbeitszimmer haben sie so gelassen, wie es war. Da sind wir ihn auch irgendwie. Das war nicht so. Sie haben es total verwüstet. Hier ist alles durch anderem. Unglaublich. Ja, wirklich der ganze Müll hier. Das Essen. Haben die Schreibtische unaufgehört, wie sonst noch etwas? Unglaublich. Ich weiß, was haben die hier gemacht? Eine LAN-Party oder was? Und... Müssen wir mal sein Verbetten? Ja, natürlich. Achtung. Äh, dein Pulli in meinem Bett. Ist ja eckerlhaft. Und in meinem Bett. Ah, klar. Er hat nix. Meine Bettdecke, bitte. Äh, alte Geile von Johannes und der Jodenbär, vor allem. Äh, da habe ich jetzt echt keinen Bock, das Ganze wieder umzuräumen. Nein, ich auch nicht. Vor allem jetzt nicht. Machen wir mal anders. Machen wir mal anders. Machen wir mal anders. Vor allem die Jogler. Es ist nicht immer alles. Und dann uns auch noch unterstellen. Jogler zum Alkohol verführen unter dem Kopfkissen eine volle Flasche Bags. Die haben uns schon leer getrunken. Ja, und dann hier auch noch hier suggerieren. Hier den Alkoholkonsum. Also, das ist Verleumdung aufs Allerschlimmste. Ach, was habe ich ganz vergessen? So eine Demütigung. Ganz, ganz bitter. Höhnt ihr das? Höhnt ihr das? So. Okay. Ich hoffe, euch ist klar, dass das nicht ohne Folgen bleiben wird. Ich sag nur, dusch das. Dusch das? Ja, ich freue mich schon auf unser erstes Spiel. Ich mich auch. Ciao. Na, und ich dann? Krieg? So, nimmtsch auf. Ja. Da runter, da runter. Ja, da guckt ihr. Ja. Gibt es den Flammen? Gibt es den Flammen? Schalke